Liebe UWG Kulturzone, Leserinnen und Leser, Sie sind verwirrt und das völlig zu Recht, das verstehen wir. Also lassen Sie uns gemeinsam etwas dagegen unternehmen. Vor kurzem erst haben Sie unsere Website kennen und wie wir hoffen lieben gelernt und schon sollen Sie sich aus heiterem Himmel und scheinbar völlig grundlos an einen neuen Namen gewöhnen? Was soll das? Nun, dieser neue Name soll zum Ausdruck bringen, dass wir einen unstillbaren Drang nach Erweiterung unseres Konzepts von eher tagespolitisch-kulturellen Belangen auf alle Bereiche des ozeanisch sausenden und brausenden menschlichen Kulturschaffens verspüren. Ein Drang, dem wir unwiderstehlich angezogen vom Reichtum der Möglichkeiten widerstandslos nachgegeben haben. Aus diesem Grund bezeichnen wir uns jetzt als Kulturzone West und nicht mehr als UWG Kulturzone. Wir wünschen Ihnen auch in Zukunft besinnliche Stunden mit unseren Hervorbringungen und verbleiben mit vorzüglicher Hochachtung Ihre Kulturzone West.